Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin's wie immer, euer Gunshot und ich habe euch etwas zu verkünden. Und zwar startet morgen am 7.8.2018 die neue Expansion von Hearthstone und ich habe ein Big Pack Opening geplant und zwar live on stream. 130 Kartenpackungen möchte ich dort aufmachen und wahrscheinlich auch ein wenig mit den Decks rum experimentieren und gucken, was da so abgeht, je nachdem wie lange es dauert, die ganzen Packs alle zu öffnen. Und ich möchte euch herzlich einladen mit dabei zu sein. Morgen um 18 Uhr soll es direkt losgehen, damit das auch alles nicht so spät wird. Und dann legen wir los und machen ein paar Karten auf, beziehungsweise die Packung und hoffen, dass Blizzard uns Gute gibt. Ich hoffe die Message ist auf jeden Fall rübergekommen, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ansonsten wie gesagt, morgen 18 Uhr live on Twitch. Link ist nochmal unten in der Beschreibung meiner Freunde. Ansonsten wünsche ich euch den wundervollsten aller Tage und ich verabschiede mich jetzt. Haut rein, bis denn. Tschüss. Danke zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Packungsbeilage. Fragen Sie Ihren Arzt oder Abuschneker. Le, 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 le. Tschüss.